Was geht? Da begann ein Schnittchen. Vielen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zu einer Folge Road to Glove. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, wir gehen rein. Okay, ja, ich bin wieder auf meinem harten, aber doch theoretisch möglichen Weg. Wow. Zur globalen Elite. Und wir spielen heute mal die, ja, ich sag mal neue. Ey, bist du behindert oder was? Ey, guck doch mal auf die Map, du Spasti. Ähm, ja, die einigermaßen neue Map, ja. Und, ähm. Ich hab... Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, ich hab mir auch noch mal ein anderes Fagenkreuz besorgt. Vor allem hab ich jetzt, ähm, ich hab mir ja noch mal geguckt, ich hatte ja letztes Mal den Punkt. Diesmal hab ich mir, äh, das ist so eine kleine Abwandlung von dem von Olofmeister. Oder steht zumindest in der Map, wo man sich das zusammenstellen kann, dass das von dem benutzt wird. Denn vielleicht benutzt er auch schon ein anderes, keine Ahnung, aber es stand halt da. So, damit guck ich jetzt mal, weil ich hatte, das stand nämlich, äh, in den Kommentaren, hab einen richtig geilen Tipp teilweise dagelassen. Von wegen, so ein kleines Kreuz wäre doch viel besser, wenn man dann nämlich die waagerechten Striche auf Schulterhöhe lassen kann. So kann man leichter Headshots landen. Fand ich jetzt ein ziemlich geiles Argument, da dachte ich mir, ich nehm natürlich wie immer jede Hilfe gerne an. Und, ähm, versuch das doch mal direkt, ja? So. Ja, und ich hab jetzt natürlich mal wieder die Ober-Hardcore-Russen von dem Herrn hier am Start, mit der Ping des Todes einfach nur. Ah ja, stimmt, von da unten kann man ja jetzt auch kommen, ne? Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, aber wir sind eh schon 3 zu 1, also passt. Ey, wie ich einfach keine Gegner sehe oder schon direkt ein Handy bekomme, ja? Vor allem hab ich jetzt wahrscheinlich auch gerade schon da voll das Krüppelauge, weil er jetzt einfach voll am Jucken ist. Ich weiß nicht warum. So, ja, nice. So, ähm, ja, ich hab tatsächlich auch schon mal versucht, eine andere Runde aufzunehmen, aber die hab ich abgebrochen. Dafür hab ich erstmal 30, äh, Minuten Strafzeit bekommen, weswegen ich wahrscheinlich auch direkt im Ranking wieder ein wenig gefallen bin, also in diesem Algorithmus da. Ähm, das war aber auch hammernett. Das war sowas von die krasse Zeitverschwendung einfach, weil nämlich direkt schon am Anfang einer gelieft ist. Und dann ist nämlich noch der Zweite rausgeflogen. Und da dachte ich mir, ey, ne, ganz ehrlich, in der vierten Runde mit zwei Bots zu spielen, das ist so eine Zeitverschwendung. Da hab ich gedacht, ne, da lass ich ihn lieber ganz sein. So, weg mit dir. Schon mal einen weglaufen. So, fick dich. Den anderen hol ich mir auch noch, aber ich muss erstmal nachladen. Okay. Ist da einer? Ja, da ist einer drin. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, dann hau sie doch weg. Ich guck mal, ob hier einer ist. Ah, hier war einer, aber der ist weg. Okay. Alles klar, einer noch. Scheiße, meine Tastatur blockiert meine Maus. So. Na, wo ist der letzte? Oh, ich glaub, der will nicht. Na, dann soll er halt nicht. Wahrscheinlich ist er am saven. Na, egal. Jetzt holt er das eh nicht mehr. Ja, ich verstehe das nicht. Red mal auf Englisch, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Loll. Boah. Der hat aber gesessen, ey. Der hat aber gesessen. Oh, was? Ja, was? Was für Lappen, ey. Ey, das ist so krass, ey. Wir reden wieder alle Russisch durcheinander. Boah, ey. Der Hammer. Aber jetzt kriegen... Ey, dann red doch wenigstens leise. Wahrscheinlich machen die auch alle Ansagen auf Russisch und regen sich dann am Ende auf... Kunwa, Kunwa! Behind you! Spastis, ey. So, wo sind die denn jetzt? Man kann jetzt auch mittlerweile, glaub ich, voll easy da oben, also hier rüber, da hochspringen und dann da... Okay. Okay, also währenddessen erklärt und zocken. Das sind die Zirkung. Nies, 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 nies. Puh. Alter, der Hammer. Ich verstehe kein Wort. Aber wir auch. Ich kann schließlich keine Russisch. Nie, pars, nies, nere. Ich weiß nicht, ob das die Russen da vorne ist. Alter, das ist mein Maul, ey. What? Oh, da ist einer. Weходite, weходite. Ja, was denn? So, ich geh jetzt mit und hol die da weg. Pass mal auf. Oh, haha, da hat sich dein Handy gefuckt. Ja, da hat sich den Handy geholt. Jetzt hol ich mir den Rest von dem auch noch. Da war noch einer. Komm, 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 komm. Der war hier. Ja, Mann, halt mal dein Maul. Wenn du willst ja nicht gescheit, spiel dein Räder gefälligst gescheit mit mir, Mann. Wo ist der Wichser hin? Oh, da ist er. Was? Wo denn? Mann! Oh, ich bin der Pushtboot. Ich muss mal vorbeikommen. Und schon stehe ich hier rum, ey, und hab gar nichts mehr. Aber ich fick die jetzt alle. Pass mal auf. Ich hau die jetzt alle weg. Ach, come on! Give me some! Give me some! Ja, weißt du, ey, wenn du was von mir haben willst, dann kannst du doch mal Englisch reden, oder was? Ey, echt? Give me some! Vor allen Dingen nicht drop please oder give me some, weißt du? Noch nicht mal ein please kann er sich rausbürgen, ey. Du Lutscher! Oh! Ich probiere jetzt heute einfach mal ein bisschen mit Waffen rum, ja? So, dann nehmen wir uns jetzt mal die Galil hier. Oh! Mal gucken wir mal, was wir damit gerissen bekommen. Wahrscheinlich klingelt gleich nochmal der Postbote, weil er schon gesagt hat, Oh, darf ich vielleicht noch was bei Ihnen abliefern, Mami? Oh, na? Wo warten sie? Ich gucke mal, ob hier um die Ecke... Ne, da ist keiner. Da ist auch keiner. Okay, da ist aber einer! Damit hast du wohl nicht gerechnet, du kleine Bitch. Nur mein Freund. So, der auch weg. Bomb has been planted. Oh! Oh, da ist er! Du Hure! Weggef... Fickt. So, schon mal direkt in der Runde mit der Galil viel mehr Kills gemacht, als überhaupt, ja. Ich meine, ich habe zwar nur 7 und 8, ja. Ist heute nicht die Glanzleistung vor dem Herrn, aber immerhin gibt es ein paar schöne Runden, ja. Also, da ist der Postbote wieder! Oh, 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 oh! Boah, leck mich doch im Arsch, ey, die kickt mich nachher, wenn ich jetzt hier weiterhin die ganze Zeit rumgammel, ey, ohne Witz. Boah! Das Problem ist, das ist halt der Fluch derer, oder mein persönlicher Fluch, dass ich hier eigentlich immer zu Hause bin, ne? Weil ich ja von zu Hause aus Hier aufnehme und arbeite Geht der zum Spawn Boah, Junge Den hat er gefressen Warte, den hole ich Scheiße, ich gebe Planting, Planting So Wie sie wahrscheinlich schon auf Rustisch rumgeflucht haben Planting endlich Mann Ja, halt da mal auf, rumzufluchen Auf Rustisch, dann helft mir mal So, Sparrunde, Sparrunde Ich scheiße jetzt auf die Sparrunde Beknackten Mongos, ey Boah, heute ist hier so eine aggressive Grundstimmung Man würde freundlicher werden hier, ja So Okay, äh Ich smoke da hinten jetzt erstmal schön zu Gucke, dass da oben jetzt nicht mehr dein Ja, sehr gut Schön zugesmoked Oh, da gehe ich doch besser Doch nicht lang Vielleicht gehe ich nochmal gucken Ja Der hat eine Awe, oder? Ach, come on Jetzt kommt er da oben lang Witten, wahr? Oder? Oh, ne, komm, ey Mit einer Awe lege ich mich nicht an Da habe ich keinen Bock drauf Den Kampf kann ich nur verlieren Auf die Entfernung Das ist dumm Was macht denn ihr da drin für Faxen, Mann? Wird das noch Wow Wird das nochmal was hier? Na Ja, der ist Leut Schwarzer Bildschirm, Mann Hat er den jetzt weggehauen? Nice Ja 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 Boah, mein Team ist so abgrundtief Dämlich, ey Jetzt hat er sich die Bombe defusen lassen Und wurde daneben stand, Mann Ey, ich kriege zu viel Ich kriege zu viel bei dem Team Ich kriege einfach zu viel Oh Ey, ich habe manchmal so tolle Teams Und dann kriegst du so ein komplettes Russenteam Und man kann nur verzweifeln Ey, ja Lass die Bombe doch liegen Schön Irgendein Idiot wird sie schon holen Diese Affen, ey Echt wie im Zoo hier 18 8, 5 19, 15 Das Witzige ist, wir führen immer noch Trotz dieser super schlechten Leistung Aber das Gegnerteam ist genauso grottig, ey Das ist einfach ein absolutes Noob-Better Hier heute So, ich werfe jetzt nochmal eine Smoke hierhin Wenigstens haben wir Hat sich da schon einer draufgegangen Das ist doch schon mal was Yo Nice Wie sie die Headys verte... Da ist noch einer Nice Ach schade Ich dachte, das wäre meiner gewesen Öde Aber jetzt sind ja nur noch zwei Wo auch immer die sind Ja, ich plante jetzt Planting, ja Was, Maul, ey Ja, halt die Fresse Aber der letzte kommt sowieso Entweder da oder da Der kommt sowieso, der kommt sowieso her Oder ich komme ihm mal entgegen Pass mal auf Ah, nice Boah, 18, ey Ich sag's euch Das ist aber auch eine sowas von... Verpiss dich mal So Da steht keiner, oder was? Keiner da? Ey, das ist ein Kumpel Wahrscheinlich keiner Dann stürmen wir mal hier, Heaven Na komm Okay, loll Keiner da Wo sind die denn alle? Okay, ich hör was, aber... Ach da Endlich mal wieder ein Kill am Start Komm, ey So kann doch keiner spielen Das heißt, die 13. Runde, Alter Und ich hab jetzt schon voll... Voll den Hals von diesem Gelaber, ey Ich meine, ja, ich könnte die jetzt auch ausschalten, aber... Irgendwo... Würden sie bestimmt mal eine Ansage machen Irgendwie Gott, im Himmel, da ist einer gewesen Ich hab das gesehen Ah, die ist durchgeflogen, nice Oh, nice Da könnte man jetzt mal... Lol, die haben schon die Bombe geplantet Wo denn? Oben oder unten? Okay, das ist B, oder? Oh, guck mal, da rett einer zu B Den hol ich mir jetzt von hinten Achte Holy Shit, war das dumm Aber den fick ich trotzdem Boah, Junge, da hat er gefresst Da ist aber doch einer So, den hier auch noch Und da ist auch noch einer So, weg mit dir Wunderbar Ja, nice Schön gemacht So, ja gut Das war ja zumindest schon mal Keine verkehrte Runde, würde ich sagen War jetzt nicht Nicht, nicht, nicht so verkehrt So Gucken wir mal Vielleicht kriegen wir hier noch was geschissen Da hinten ist doch bestimmt wieder einer Also da Ich will mit der Galil kann man auch den ein oder anderen schönen Handy rausdrücken Also finde ich jetzt nicht so verkehrt die Waffe Ich weiß noch nicht so genau Wie krass die halt In bestimmte Richtungen verzieht Aber bis jetzt Da oben wohl einer wartet Okay Wo ist das denn? Da über mir Ihr seid so behindert Oh, da war einer Den hole ich mir jetzt von hinten Aufgepasst Wo ist er denn hin? Da ist er Na komm, komm, komm Hier bleib Hier bleib Hier bleib Der ist da unten rein Du Wichser Ja, scheiß drauf War sowieso die letzte Runde der ersten Hälfte Also drauf geschissen Oh Mann, ey Aber der hat Leider hat der mich gehört Logisch Aber Ich bin da recht nah herangekommen Ja Und jetzt macht ihr wieder irgendwelche Ansagen Die ich nicht verstehe Ah, fuck Wieder nichts getroffen Ach, ihr Wichser Die kommen jetzt aber hier rein, glaube ich, oder? Oder gehen die B? Ne, die sind da noch Ja, natürlich Oh, wie sie sich gegenseitig auch teilweise anhaten, ey Das ist der Wahnsinn Vor allem, da wird irgendwann Irgendwann wird man wirklich aggressiv Wenn man dieses Geblubber die ganze Zeit hört Das ist der Hammer Also, es ist wirklich so Ich höre das hier die ganze Zeit auf volle Lautstärke Und denke mir irgendwann einfach nur so Boah, haltet mal euer dämliches Maul, ey Ja, ist ja okay Boah, dankeschön, ey Ja, scheiße, den werde ich nicht holen Weil ich einfach Ja Okay, wie gehe ich denn jetzt vor Boah, das ist schon ganz schön Ja, jetzt laufen wir hier zu viert lang Läuft bei uns Aber ich gucke mal, ob ich hier einen weg Man, wenigstens den einen hätte ich doch mitnehmen können, Mann Boah, diese scheiß Pistolenrunden, ey Der Hammer Aber egal Jetzt, jetzt, jetzt Jetzt aber Jetzt aber, Freunde Jetzt hauen wir mal richtig einen raus hier Gucken wir doch mal Kommen sie von außen? Nein Oh, 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 oh Das ist B Das ist B Da ist schon einer durchgelaufen Aber dem komme ich jetzt mal schön hinterher Der ist hier Da war er Du Wichser Bomb ist down Okay Ich bleib jetzt einfach hier Scheiß drauf Gucken, ob sie entweder von hier oder von hier kommen Dann ficke ich sie einfach weg Na? Oh, der kann ja auch von hier unten kommen Scheiße Stimmt Aber das höre ich dann Das höre ich dann Ja komm, dann muss ich sowieso die Bombe holen Ja, okay Der kommt wohl nicht mehr Ich glaube, der will nicht Okay Ja, da ist er Oh, ich wollte mir die Bombe holen, Mami Du hättest eh keine Zeit mehr gehabt, du Lapp Ich glaube, ich komme denen jetzt mal oben entgegen Da habe ich jetzt mal Bock drauf Ja, ich gehe jetzt mal hier lang Hätte ich da auch schneller hinkommen können? Ja, ich komme nicht Sind sie hier? Nein Ja, komm, komm, ich komme jetzt von hier Oh, oh, oh Da ist einer Ja Drückt er mir auf jeden Fall sofort den Hedi Boah, ich habe schon lange keine so anstrengende Runde mehr gehabt Der leckt mich halt am Arsch Aber das liegt nicht Nicht an den Gegnern Weil die sind nicht übermächtig Sondern das liegt an meinen Teammates Die einfach nur totally vollbehindert sind Vor allem weil dieses Oh Hey Rampe? Ah, komm Ja, natürlich Diesen Gegnern Kann man nicht auf konventionelle Art und Weise entgegentreten Jetzt reicht's mir Jetzt reicht's mir Jetzt komme ich hier mit Jetzt komme ich hier mit richtig schwer im Geschütz an Jetzt komme ich hier mit meiner Spezialität an, ihr kleinen Wichser Jetzt bummste ich euch weg Jetzt bummste ich euch richtig hardcore weg Kommt, ihr kleinen Pisser Ich weiß, dass ihr oben auf dem Dach seid Ich fick euch jetzt so richtig hart in den Arsch Na komm Da ist einer Die ficke ich jetzt richtig weg Ja Na, wo seid ihr? Hier unten ist keiner Ich fick euch weg Ja, was? Wuuu Okay, diese Runde müssen wir scheinbar mit der MP rangehen Aber egal Ist mir vollkommen Wurst Ich raste gerade aus, ey Boah, diese Skill aber Egal, ich werde's aber nicht abstellen Ich werde es nicht abstellen Ich brauche es zur Ich brauche es zur Motivation Wo sind diese Uhren denn? Wo sind sie denn? Auf den Dächern wahrscheinlich, wa? Na Bocke, na Skale Ja, höchstwahrscheinlich auf den Dächern Egal Ich sag mal Hallo BAM Den anderen hole ich mir auch noch Den ficke ich weg Ja mann Boah, ja Halt doch mal dein Maul Boah Voll reingerannt Der Affe Bomb ist B-Spot Du Wichser Spacken, ey Bomberampe, ey Du hast keine Ahnung, Mann So Ja, unsere Runde Nice Was wird wohl deren Taktik diesmal sein? Vielleicht Mitte? Na, nein Hier Nein Warte Ach, sie sind wieder auf den Dächern, ey Wie die Taubenratten der Lüfter Ja, fick dich Hättest du wohl gerne gehabt Deine Arschpacken So Okay, wo ist der Rest von den Lappen? Spring wahrscheinlich hier draußen rum, ne? Auf den Dächern? Nein Keiner hier? Okay Ist die Frage Wo ist der Rest von denen? Ich will die Scheiße AK nicht Ihr könnt mich am Arsch lecken Mann das problem ist dass ich mittlerweile einfach keine ruhige spielweise mehr habe weil weil die wahl weil das nicht nehmen ich keine ahnung das ist aber gerade anstrengend wie er da wartet wie er da wartet was soll die machen die wollen den ramp rush machen okay da bin ich doch glatt dabei da eigentlich hätte ich vorlaufen müssen ich habe doch die krasse waffe hier am start was gibt es noch einen rush oder wie sieht das aus ne gibt keinen rush aber ich werde rachen die schnauze nämlich jetzt beim naja komm 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 doch durch den smog durch habe ich ihm gegeben ja mann wie sie hat an unserer mauer zerschellen ja einfach nur den letzten hol ich mir auch noch schade das ganze werde ich doch jetzt noch mal abziehen das werde ich mir können das werde ich mir können sagt man auch da ist aber gewesen da habe ich keinen bock drauf damit lege ich mich jetzt nicht ja es ist halb im hals stecken geblieben wie sie alle schleichen aber nicht mit rambo immer weg da lass mich da rein dankeschön gucken wir uns das hier doch mal wo ist der die aber ist der noch hier oh ja da unten ist einer gewesen ich weiß dass da einer war der ist da noch wo ist denn die bombe a oder b so das letzte war wohl hoffentlich die letzte hoffentlich die letzte runde gucken wir doch mal ich muss mir eine schöne negev eingepackt was wir damit reißen können wahrscheinlich jetzt wieder instant aufs maul aber es ist mir so egal ich gebe jetzt hier richtig verteile jetzt richtig die schellen hier was keiner da was die sind alle die sind alle hier guck mal doch mal ja ja boah so ne runde so ne runde so ne runde so ne runde und dann unentschieven alter das kann nicht sein und mann wie unbefriedigend ist das boah jetzt haltet doch mal euer maul ey schnauze ich hab die schnauze voll haha sorry alter aber dieses dieses gelabere boah ja schade unentschieden machste nix ja und das nach so ner anstrengenden runde ja aber das gibts auch in conderstrike ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und ich freue mich in der nächsten Folge wieder mit dabei sein wenn dies wieder heißt road2global Hardy Njuuu ja oder ... ... ... Vielen Dank.